Ach, wo wären wir nur ohne Steigeisen? Und vor allem, wie kämen wir dahin? Heute geht es um die wichtigsten Fakten zum Thema Steigeisen, Unterschiede und Einsatzbereiche, damit ihr am Ende des Videos wisst, welche Steigeisen die richtigen für euch sind. Im heutigen Grundlagenkurs Nummer 19, Steigeisen. Fangen wir mit den Basics an. Während früher Steigeisen noch ganz klassisch vom Schmied oder vom Bergsteiger persönlich geschmiedet wurden, gibt es die Dinger heute aus der Massenfertigung. Und zwar in ganz verschiedenen Variationen. Welche Variationen man unterscheiden kann? Grundsätzlich gibt es im Material einmal die Unterscheidung zwischen Stahl und Aluminium. 95% der Steigeisen ungefähr am Markt sind aber aus Stahl. Und das hat seinen Grund. Stahl ist robust und hartnäckig. Es lässt sich gut wieder schleifen, verbiegt sich nur schwer und ist bei guter Pflege auch sehr, sehr langlebig. Aluminium hingegen ist die Diva unter den Bergmaterialien. Wer hier zu gern und zu oft mit den Alusteigeisen gegen den blanken Fels schlägt, wird schnell eine ordentliche Biegung in den einzelnen Zacken haben oder im Worst Case brechen sie ganz ab. Mittlerweile gibt es auch interessante Kombinationsansätze, die das Fersenteil aus Aluminium gefertigt haben und den vorderen Teil aus Stahl. Da vor allem der vordere Teil des Steigeisens oft in Mitteleidenschaft gezogen wird, kann man hier ein gutes Zusammenspiel aus Gewichtsoptimierung und Sicherheit ermöglichen. Aber was sollen eigentlich diese Zacken? In den 50ern und 60ern war man mit geschmiedeten 8 Zackern schon richtig gut ausgestattet. Heute kann man sowas gar nicht mehr kaufen. Höchstens noch im Museum. Denn heute sind die meisten Steigeisen mit 10 oder 12 Zacken ausgestattet. Wie viele Zacken eure künftigen Steigeisen haben werden, hängt maßgeblich vom Einsatzgebiet ab. Mehr Zacken bedeutet unterm Strich auch mehr Gewicht. Ultraleichte Alusteigeisen sind in der Regel immer auch nur mit 10 Zacken ausgestattet. Es geht ja um das absolute Minimum an Gewicht. Doch die zwei fehlenden Zacken können sich schon definitiv bemerkbar machen. Denn diese werden zumeist am vorderen Teil des Steigeisens weggespart. Und je nach Modell wird das fehlende Zackenpaar vor allem die Stabilität in steilen Passagen beeinflussen können. Denn das abgängige Zackenpaar ist zumeist etwas aggressiver nach vorne ausgerichtet als die normalen vertikalen Zackenpaare. Die schauen ja eigentlich immer sehr gerade nach unten. Mehr Zacken bedeutet letztlich und in aller Kürze mehr Halt am Eis und ein ausgewogener Stand darauf. Die Folge ist, dass man in steileren und vor allem stark eisigen Passagen keine Unterstützung beim Stand hat, da man meist mit dem Großteil des Gewichts auf den horizontalen Frontalzacken steht. Gut, das tut man grundsätzlich im Steileis immer, aber das aggressiv nach vorne gerichtete Zackenpaar beim Steigeisen mit zwölf Zacken reduziert die Hebelwirkung, was wie Steileis wird, ein immer größerer Vorteil wird. Wer sich aber gar nicht im steilen Gelände aufhält, wird die zwei zusätzlichen Zackenpaare kaum vermissen. Selbst am flachen Blankeis sind zehn Zacken ausreichend, sofern die Zacken ordentlich scharf sind. Und damit kommen wir gleich zum nächsten wichtigen Punkt bei Steigeisen. Scharfe Zacken Denn egal wie viele Zacken die Steigeisen haben, sie helfen alle nichts, wenn sie stumpf sind. Achtet beim Kauf darauf, dass sie nicht komplett stumpf geliefert werden. Manche Anbieter produzieren ganz bewusst stumpfe Steigeisen, damit sie beim Transport nicht die ganze Verpackung vernichten. Aber das solltet ihr eher vermeiden, denn dann heißt es gleich zu Beginn selber schleifen. Und wenn man das nicht schon mal wo gesehen hat, kann man sich die Steigeisen auch schlechter schleifen, als sie sein könnten. Und das muss ja nicht sein. Also die Steigeisen gleich mal spitz kaufen, das hat eindeutig einen Vorteil. Und ein weiterer Faktor ist, dass die Steigeisen nach dem ersten Schleifen etwas schneller rosten. Wenn man das erste Schleifen hinauszögern kann, fangen sie logischerweise auch später an zu rosten. Ein ganz praktischer Nebeneffekt. Aber rosten tun sie alle früher oder später, was uns gleich zum nächsten wichtigen Punkt bringt. Dem Rost. Wo gehobelt wird, fallen Späne und wo Stahl eingesetzt wird, entsteht Rost. So sind nun mal die Naturgesetze. Der oberflächliche Flugrost der Steigeisen ist aber in der Regel kein Problem. Ein raues Putztuch sollte das gröbste Außen entfernen. Sieht man dann immer noch rostende Stellen, fährt man in den Baumarkt und fragt nach dem allerfeinsten Schleifpapier, das sie haben. Mit dem reibt man dann vorsichtig die übrigen Roststellen ab und fertig ist die Steigeisenpflege bei Flugrost. Völlig zerrostete Steigeisen sind keine Empfehlung für ernsthafte Touren, da durchgerostete Steigeisen jederzeit auch biegen oder brechen können, aufgrund der Materialermüdung. Deshalb sollte man sich gebrauchte Uraltsteigeisen, egal wie billig sie sind, besser zweimal anschauen. Ihr dachtet vielleicht, ich habe es schon vergessen, aber nein. Das wichtigste Thema ist natürlich die richtige Bindung. Ganz großer Punkt. Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, eine Steigeisen zu befestigen. An den Füßen, an den Händen. Was? Nein, Moment. Einmal gibt es die Riemenbindung, auch Körbchenbindung genannt. Und diese hat hinten und vorne einen Korb, der den Schuh jeweils vorne und hinten einklemmt, wenn man das Fixierband entsprechend festzieht. Diese Bindungen kommen bei Schuhen zum Einsatz, die weder vorne noch hinten einen Steg für entsprechende Hebel haben. Also für Schuhe unter der Kategorie C. Für Kategorie C-Schuhe kommen dann schon sogenannte Kombisteigeisen in Frage. Diese haben vorne den gleichen Korb wie die Korbbindungen, jedoch haben sie hinten einen festen, starren Hebel, der über den Steg des Kategorie C-Schuhs drüber geklappt werden kann. Die sogenannten Automatiksteigeisen bilden die letzte Gruppe an Steigeisen. Diese kommen ganz ohne Korb aus und haben vorne lediglich einen Metallbügel und hinten den klassischen Kipphebel. Der Riemen wird dabei nicht mehr im vorderen Teil fixiert, sondern nur um den Schuh herum fixiert. Was sind denn da jetzt die Vorteile und Nachteile der einzelnen Varianten? Und wieso gibt es diese Unterscheidungen überhaupt? Generell kann man sagen, jeder Korb ist flexibel. Und Flexibilität ist das, was wir beim Steigeisen überhaupt nicht brauchen können. Die Quintessenz ist nun, dass Korb vorne und hinten bedeutet, dass die Steigeisen nicht hundertprozentig ideal am Schuh sitzen, sondern immer etwas Spielraum und Bewegung möglich ist. Das Steigeisen tut dann im Zweifelsfall nicht immer genau das, was der Schuh tut oder reagiert beim Einschlagen in steilerem, harten Gelände etwas anders, als man sich das vielleicht erwartet. Außerdem kann es leichter passieren, dass einem das Eisen mal vom Fuß rutscht, wenn der Schuh einfach wirklich nicht kompatibel oder zu weich ist. Die Korbbindungen sind damit also schon mal höchstens eine gute Notlösung, aber nichts für lange und schon gar nichts für anspruchsvolle Gletschertouren. Im Skitourensegment würden Sie aufgrund des weichen Schnees am ehesten noch eine Anwendung finden, da aber Skitourenschuhe meistens voll Steigeisen fest sind, macht der Einsatz auch hier nicht wirklich großartigen Sinn. Die Kipphebelbindung hinten beim Kombi-Steigeisen ist hier schon mal eine deutliche Verbesserung. Denn wenn die Steigeisen auf die richtige Schuhgröße eingestellt sind, dann kann man ganz einfach in die Steigeisen einsteigen, die Schuhspitze so weit wie möglich nach vorne bringen, um den Korb gut drüberlegen zu können und dann über den Kipphebel die Position zumindest teilweise fixieren. Das Problem ist immer noch, dass ein gewisser Bewegungsspielraum im vorderen Teil bleibt. Für einfache Gletschertouren ist das aber kein Problem. Für das Eisklettern und ähnlich steile und harte Verhältnisse auf Hochtouren kann das aber durchaus die ganze Sache zumindest erschweren. Die Kombi-Variante hat sich in den letzten Jahren zu der beliebtesten Bindungsart gemacht. Da sie relativ flexibel und trotzdem immer mit einem Mindestmaß an Sicherheit verwendbar sind und auch Kategorie C-Schuhen, also mit Steg hinten und keinem Steg vorne, verwendet werden können, womit der Schuh ohne Steigeisen immer noch relativ flexibel und zumindest halbwegs gemütlich ist. Steigeisen mit dem Kipphebel hinten und einem Metallbügel vorne werden auch Automatiksteigeisen genannt. Diese sind ausschließlich für die Verwendung an Kategorie D-Schuhen oder Skitourenschuhen mit Steg vorne und hinten verwendbar. Im Gegensatz zu der Kipphebelbindung kann die Automatikbindung ausschließlich an solchen Schuhen verwendet werden. Die Automatiksteigeisen bieten mit Abstand den verlässlichsten Halt. Bei richtiger Größeneinstellung bietet der Bügel vorne keinerlei Bewegungsspielraum für den Fuß und der Hebel hinten erzeugt den nötigen Druck dafür. Somit ist der Schuh perfekt im Steigeisen eingespannt und ein Verrutschen ist unmöglich. Damit eignet sich diese Form des Steigeisen perfekt für das Eisklettern, das Begehen von steilen Nordwänden und ähnlichen Hochtouren, auf denen man lange steile Eispassagen, aber auch Felspassagen zu überwinden hat. Interessanterweise merkt man von der Dynamik der Steigeisen am Fuß relativ wenig, während man selbst klettert oder steigt. Oftmals wird der Unterschied nur auffällig, wenn man beim Eisklettern zum Beispiel bei der Bewegung der Steigeisen beim Einschlagen im Eis beobachtet wird und dann darauf aufmerksam gemacht wird. Außerdem merkt man einen direkten Unterschied, wenn man die Steigeisen von Automatikbindung auf Kipphebel mit Korb vorne wechselt. Mitentscheidend bezüglich der Stabilität der Steigeisen ist aber nicht nur die Bindung, sondern mehr oder weniger direkt damit zusammenhängend der Schuh, der darin eingespannt wird. Bei Kipphebelbindungen ist in der Regel mit Kategorie C ein deutlich weicherer Schuh, vor allem im vorderen Bereich, eingesetzt als in Automatiksteigeisen, in denen ein harter Kategorie D-Stiefel darin steckt. Sowohl die Flexibilität des Schuhs als auch die Art der Bindung beeinflussen die Stabilität. Nun haben wir die Bindungen behandelt, aber wenn ihr im Geschäft euch umseht und die flexiblen Ultraleichtsteigeisen jetzt mal ausnehmt, seht ihr immer noch einen Unterschied zwischen manchen Steigeisen. Während die meisten zwei lange und breite horizontale Frontalzacken haben, fallen vor allem jene Steigeisen auf, die vorne zwei senkrechte Frontalzacken haben oder überhaupt nur einen Zacken. Hier handelt es sich meistens mit wenigen Ausnahmen um Steigeisen für das Eisklettern. Die vertikalen Zacken bieten im steileren, harten Eis einige Vorteile gegenüber den flachen, horizontalen Frontalzacken. Vor allem aber sind diese Zacken deutlich kürzer, was die Hebelwirkung im steilen Eis reduziert und so langfristig weniger ermüdet. Diese Steigeisen sind auf normalen Hochtouren nur bedingt einsetzbar. Es gibt mittlerweile auch Steigeisen, die für beides klar gehen, wie zum Beispiel die Crivelle G22. Das sind Eisklettersteigeisen, aber mit guter Antistellplatte und guter Zackenanordnung definitiv auch für Hochtouren einzusetzen. Wobei man natürlich unterstreichen muss, dass man nach unten gekrümmte Breite und lange Frontalzacken schlichtweg für reine Hochtourengeher eben die bessere Wahl bleiben. Nicht zuletzt deshalb, weil die Steigeisen für Hochtouren meistens etwas leichter sind und ein besseres Packmaß haben. Die G22 hier haben einen festen Steh, womit sie in der Länge für die Schutzhülle nicht mehr kleiner zu machen sind. Die Petzl-Wazak hier kann man aber sehr wohl reisetauglich machen, was natürlich den einen oder anderen Vorteil mit sich bringt. Gerade habe ich von Antistollplatte gesprochen. Was ist das denn? Mittlerweile sind diese Dinger Gott sei Dank fast immer von Haus aus verbaut. Es handelt sich dabei um eine besonders geformte Plastikfläche, die zwischen den Stahlelementen der Steigeisen verbaut wird. Diese verhindert, dass sich zu viel Schnee zwischen dem Eisen anklebt und somit die Funktion des Steigeisen erlischt. Das kann im Zweifelsfall nämlich auch richtig gefährlich werden. Leider stollen viele Steigeisen trotzdem, vor allem bei sehr schlechten Schneebedingungen, aber die Antistollplatte reduziert dieses Vorkommnis Gott sei Dank auf ein Minimum. Noch ein kleiner Einschub zum Thema Steg. Dieser verbindet den vorderen und den hinteren Teil des Steigeisens und ist in der Regel immer aus Stahl gefertigt. Die Ausnahme bestätigt die Regel, denn besonders leichte Steigeisen haben lediglich Rebschnüre als Verbindungsstücke. In der Regel bestehen diese Steigeisen immer aus Alu, nur so als Thema. Was sind jetzt eigentlich die perfekten Steigeisen für dich? Das hängt, wie du dir sicher vorstellen kannst, vom Einsatzzweck ab. Für leichte bis normale Hochtouren, auch im Hoch- und Spätsommer, sind klassische Stahlsteigeisen mit einem für deinen Schuh passenden Bindung ideal. Am besten sind Kombi-Steigeisen, also Kombi-Bindungen, damit der Zustieg in den Kategorie C-Schuhen angenehm bleibt. Zwölf Zacken und kein Alu wäre hier wichtig, denn gerade im Spätsommer kann es immer wieder zu langen, teilweise auch steileren, blanken Passagen kommen, gerade auf niedrigen Gletschern. Bist du hauptsächlich auf Skitouren unterwegs und dann, wenn es auch eine Schneeauflage oder nur ganz wenig eisige Passagen gibt, dann sind extrem leichte Steigeisen aus Alu eine Option für dich. Gerade wenn die Gletscher-Passagen eher kürzer sind und du keinen Felskontakt haben wirst, weil der Gletscher flach ist, sind die Steigeisen in der Regel ausreichend. Wenn du dir das Handling zutraust, kannst du dir auch Steigeisen ohne Steg und eben mit Rebschnüren anschauen, aber da braucht es wirklich viel guten Willen, die anzupassen, denn sonst sind sie schneller weg, als du glaubst. Bist du auch gerne im richtigen steilen Eis unterwegs, sollte es kein Eisen mehr mit langem, horizontalen Frontalzacken sein, sondern schon die Frontalzacken von Steigeisen fürs Eisklettern. Das Schöne ist, dass man diese auch immer wieder auswechseln kann, zumindest bei den meisten Steigeisen, wenn sie im Eis- und Mixtgelände mal abgenutzt sein sollten. Natürlich ist die Geschichte der Steigeisen und was es da sonst alles noch so an Details und Feinheiten zu wissen gibt, eine fast schon endlose Geschichte. Deswegen möchte ich hier nochmal betonen, das waren heute die Grundlagen, die ihr wissen solltet, wenn ihr euch eure ersten Steigeisen zulegt. Und jetzt könnt ihr euch auch ungefähr vorstellen, welche Steigeisen für euch die richtigen sind, gerade wenn ihr in die Zukunft schaut und überlegt, welcher Einsatzzweck wird denn bei mir persönlich in Zukunft oder in naher Zukunft am häufigsten vorkommen. Wenn ihr jetzt immer noch dran seid, dann freuen wir uns und bedanken uns fürs Zusehen. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, macht das unbedingt, da lernt ihr jede Woche viermal etwas übers Bergsteigen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!